Hallo, ich bin die Tine von mutterskind.de. Schön, dass du reinschaust. Heute will ich ein bisschen Werbung machen für unseren Workshop to go. Die Andrea von Stempel & Co. und ich, wir machen so jedes Jahr immer einen Weihnachtsworkshop und gerade auch seit letztem Jahr hat es dann auch die Nachfrage angefangen, den Workshop als to go anzubieten. Das heißt, dass du die Materialien und die Anleitungen nach Hause geschickt bekommst und das bieten wir dieses Jahr an. Wie gesagt, ich will ein bisschen Werbung dafür machen. Es geht um Karten, Dekoration und Verpackung, inklusive natürlich alle Anleitungen. Bekommst du ganz bequem nach Hause geschickt. Inklusive Versand kostet das 38 Euro und wir haben uns bis jetzt immer ganz tolle Projekte einfallen lassen. Du kannst auch gerne mal auf unseren Blogs mal nachschauen, was wir so die Jahre zuvor so gestaltet haben. Bei der einen Karte vom letzten Jahr habe ich sogar ein Online Video danach gemacht, weil die so gut ankam. Und mich würde es freuen, wenn du dir so ein Material Kit bestellen würdest. Wenn du noch Fragen hast, schreib mich an info-at-mutter-kind.de beziehungsweise unter dem Video verlinke ich wieder zu meinem Blog und da siehst du auch noch mal alle Informationen. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, frag einfach. Mich würde es riesig freuen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!